Spindler Mühle in der Tschechischen Republik, zum Beispiel auch genannt hier. Es gibt viele Orte, sie alle aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen, keine Frage. Italien hat 473 Rennen ausgerichtet, die Schweiz 464, die USA 360, Frankreich mit 357 auch noch. Ganz weit oben in dieser Statistik, Deutschland 226, Kanada 182, Slowenien, Schweden und Norwegen auch mit über 100 Weltcuprennen. Deutschland hier also noch einmal, Zwiesel, Garmisch und noch viele mehr Austragungsorte in Deutschland. Weltcup-Ausrichter, gestern ja das Name der Damen, morgen eben jener der Herren mit dem Mehrfachsieger Marcel Hirscher, der heute in Zagreb angekommen ist. Also Tribut an die Weltcup-Veranstalter, die 25 verschiedenen Nationen, die eben knapp 3.200 Alpine Weltcuprennen bisher. Und morgen dann eben dieses Datum, der 5. Jena, dieser 50-jährige Geburtstag nach dem ersten Weltcup-Rennen. Bei den Herren gab es 23 verschiedene Gesamt-Weltcup-Sieger, bei den Damen 28 verschiedene Gesamt-Weltcup-Siegerinnen. Nicht alle sind sie heute Abend hier, 18 der 51 haben zugesagt. Fehlen werden natürlich große Namen wie Denmark, Hermann Mayer, Gustavo Töni und einige mehr. Aber wie gesagt, viele prominente Namen hier, die ihnen dann auch nahezu in der Reihe ihrer großen Siege auch vorgestellt werden, die hier über diese Strecke fahren werden. Zuletzt haben wir den Slieme gesehen. Der Berg etwa 40 Minuten außerhalb des Stadtzentrums. Die größte Stadt Kroatiens, Zagreb, Hauptstadt mit knapp 800.000 Einwohnern. Mit den umliegenden Gebieten über eine Million. Und das ist eben das Stadtzentrum, in dem diese Feier stattfindet.